So, aha, nochmal ganz kurz. Ein Grund, warum das heute relativ leicht von Hand gegangen ist, ist, weil ich morgen um 15.15 Uhr einen kurzen Tag mit einer Kollegin aus Linz bei der UEFA habe. Das heißt, da gibt es dann nochmal ein bisschen Infos von uns zu der Geschichte von Fridays for Future Linz. Und wen es gefreut, würde mich freuen, wenn man dann auch Leute von euch da trifft. Wir machen anschließend hoffentlich ein großes Foto vor der UEFA und da ist natürlich cool, wenn dann ein paar Leute dabei sind, die sich da auf dem Foto wiederfinden. Also morgen, um drei umeinander, sowas auf der UEFA, eh gleich da drüben. Und der nächste Streik? Der nächste Streik ist, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, am 29.11. Wir werden wahrscheinlich wieder am Hauptbahnhof weggehen und ja, recht viel mehr haben wir noch nicht fixiert, aber ja, am 29.11. ist, glaube ich, heute fixiert worden. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig.